Ja, die Materialbeschaffung läuft leichter als erwartet. Hier haben wir Reichsformatziegel und Dachschindel. Hier jede Menge Totholz. Ich versetze mal kurz. Hier noch mehr Totholz. Und hier wunderschöne flache Steine, mit denen man sicherlich eine tolle Trockenmauer bauen kann. Vor allem, weil bei der Quelle mindestens noch mal dreimal so viel liegt, wenn nicht noch mehr. Das heißt, die nächsten Wochen und Monate werde ich sicherlich genug zu tun haben, um diesen Garten zu einem Hortus zu machen. Ja, hier befindet sich Sand. Das ist nämlich das Projekt, an dem ich gerade arbeite, ein Sandarium. Es handelt sich um Rheinsand. Der ist natürlich nicht sehr klebrig. Deswegen, ich hebe mal gerade hoch, liegt hier Lehm in diesen Papierpackungen. Und diesen Lehm werde ich dann mit dem Sand vermischen und hoffen, dass es dadurch die notwendige Festigkeit kriegt. Ja, und diesen Platz habe ich mir für das Sandarium ausgesucht. Zum einen, weil wir an dem Platz sowieso nicht richtig laufen können, weil das die Photovoltaik ja recht tief hängt. Und Photovoltaik genau hier. Hier ist sie. Und es ist auch ein bisschen regengeschützter, beziehungsweise der Regen wird geleitet. Und da werde ich dann noch ein bisschen mit Überdachung, wahrscheinlich aus den Dachschindeln oder so, arbeiten. Aber, wie gesagt, der Platz ist eh nicht nutzbar. Es befindet sich in der Hotspotzone. Und da dürfen dann die Bodennister gerne Leben entwickeln. Ansonsten, meinem Klee geht es prächtig, wie man sieht. Schaut irgendwie verwildert aus, aber wunderschön ein Löwenmäulchen. Hoffentlich beschädigen wir das nicht, wenn wir die Stangen holen für die Bohnen. Die Grasnarbe ist schon mal weg. Und jetzt noch ein bisschen in die Tiefe graben. Damit der Sand unten nicht zu feucht ist, gibt es noch eine kleine Drainageschicht aus Steinchen. So langsam füllt sich das neue Sandarium mit einem Gemisch aus Sand und Lehm. Nachdem es manche Bienen auch mögen, zwischen Steinen ihre Gänge zu graben, habe ich jetzt auch ein paar Steine dazwischen. Und hier wird der Sand, neun Schaufeln Sand, mit einer Schaufel Lehm verrührt. Ja und jetzt hoffe ich, dass das Mischungsverhältnis gut war, sodass die Bienen das auch als Nisthilfe annehmen. Hier vorne habe ich jetzt noch einen anderen Typ Sandarium gemacht. Nämlich für Insekten, die in Lehmwände, in Sandlehmwände Löcher bohren, um dort ihre Nester anzulegen. Und hier probiere ich es mit einem Gemisch von 1 zu 4. Also ein Teil Lehm auf vier Teile Sand. Und so schaut es jetzt ein bisschen jetzt aus. So, im Anschluss an die Nisthilfe, an das Sandarium, soll hier noch eine Trinkhilfe her. Ich habe da jetzt einfach mal nur ein Loch ausgehoben und Wasser rein, weil ich mal sehen möchte, wie dicht der Boden grundsätzlich mal ist. Weil vielleicht schaffe ich es ja auch einfach, einen Lehmteig ohne Folie zu machen. Das wird heute aber sicherlich nicht fertig werden. Ja, und jetzt schaut es in der Folge ungefähr so aus. Hier zwei schon gut angerottete Baumstämmchen. Dann das Sandarienhochbeet. Sandariumhochbeet, das hört sich gut an. Ja. Ja.